Wir schauen uns heute mal wieder Blurst-Images an. Also alles, was irgendwie scheiße und geil ist. Deswegen, falls es euch gefällt, lasst gerne ein Abo da. Und über jeden Kommentar für den Algorithmus freue ich mich immer. AI wird irgendwann die ganzen Designer nutzlos machen. Und die AI, wie sie den Job akzeptiert. Ja, irgendwann bekommt sie das noch hin. Vor allem das mittlere Rechte. Ist einfach so eine Doppelhand. Wenn das Wetter ein bisschen warm ist und deine Äpfel schmelzen. Ich frage mich, wenn ich das links sehe, den Apfel, ist das Holz? Wenn ja, mega cool. So einen würde ich mir gerne als Deko irgendwo hinstellen. Es ist 11.99 Uhr, aufstehen! Ist das jetzt 12.40 Uhr gleich? Und die Uhr geht einfach von 40 bis 99 immer? Würde aufs Gleiche hinauskommen. So fühle ich mich auch immer. Vor allem irgendwie nach McDonalds. Viel Spaß. Schau mal, meine dünnen Beine. So schön. Der Hund schaut ein bisschen eigenartig aus. Ich weiß aber nicht, warum. Miau, Katze, ja. Was wollen sie? Was haben wir für ein Problem? Nein, da können wir ihnen nicht helfen. Das ist der Miau Support. Okay. Ich glaube, ich weiß, woher der Smiley kommt. Jemand hat gesagt, dass Trippie Red ausschaut wie Greta Thunberg, die Lil Wayne cosplayt. Und jetzt kann ich es nicht mehr nicht sehen. Also oben schaut aus wie Greta links unten, wie sie rechts cosplayt. Ich stimme zu. Also wenn rechts die Nase eigentlich Augen werden. Verstehe ich das richtig? Du brauchst die URL von Never Gonna Give You Up. Schreibst du rein in eine Flasche und aus ins Meer. Aber dann brauchst du auch jemanden, der das eingibt. Aber jeder, der neugierig ist, wird das machen. Oh boy, Tee. Nye. Mjom. Warum hat Yoda gerade Kermit gegessen? Wegen Froschbein? Kondomon. Wie Pokémon erschaffen werden. Ganz ehrlich, genauso werden die Namen gemacht. Ich wähle dich. STDs sind keine Pokémon. Fangen sie nicht alle. Digit finde ich einer der besseren Werbung. Ihr Vögel. Ich gehe zu einer Pilotenschule. Ich will auch fliegen. Seht ihr, ich bin bei euch. Der Rache. Der Pinguine. Die haben in Wirklichkeit Flugzeuge erschaffen. Nur aus diesem Grund. Wie Ritterrüstungen damals wirklich aussahen. Keiner war jemals wirklich dünn. Ich wette, da war immer der König drin. Und warum schaut das aus, als ob da vorne so eine Klappe zum Auf- und Zumachen ist? Sony damals vs. Sony heute. Megamilch. Mhm. Ich glaub, da muss ich nichts mehr sagen. Ariel. Ariel. Ganz ehrlich, ich würde Ariel gerne mal als Hexe sehen. Die schaut verdammt gut als Hexe aus. Er ist immer so aufgeregt, wenn wir in den Hundepark fahren. Ich kann mir gar nicht vorstellen, warum. Die Hunde haben bestimmt super viel Spaß beim Drehen. Kannst du mir so einen Kuchen machen? Ja, bitte. Genau das will ich. Ja, bitte. Das ist viel zu Handy-Werbung versus das Spiel. Wisst ihr, warum ich so große Handschuhe und Socken trage? Warte hier. Das ist warum. Mhm. Immer bereit. Er weiß, was jeder Fairy mag. Und wahrscheinlich sogar viele mehr. Worauf schauen wir hier? Ein Gartenserval. Also das sollen zwei Hände sein. Ich dachte aber gerade, das sind zwei Pobacken, die aneinander sind und dann da hinten was rauskommt. Und falls ihr das noch nicht gesehen habt, bitteschön. Jetzt seht ihr's. Komm, ich rette dich. Superman und Batman wollten nur mal Robin so ein bisschen Erfolgsgefühl geben. Bei Superman könnte das auch so, Batman auch. Und ja, Robin ist gerade noch in der Ausbildung. Das ist von einer AI. Wie Will Smith Nudeln isst. Ich weiß nicht, warum es sowas gibt. Ich freue mich, dass es sowas gibt. Aber ich frage mich warum. Und ich glaube, er liebt Nudeln. Long Dying. Wieder mal in China. Warum ist da Gaben drauf? Für die, die es nicht wissen, das ist der Erfinder von Steam. Warum ist er da drauf? Ich wette, er hat nicht zugestimmt. Mini Putin. Mini me. Hm, wunderschön. Und irgendwie passt das voll gut zusammen, die zwei Bilder. Der einzige Geburtstagskuchen, den deine Tochter braucht. Sie wird anscheinend 20. Und ich habe das Gefühl, ich weiß, wie sie enden wird. Aber es ist kreativ. Hey, schau mal. Ich habe die ganzen Füße von Pinocchio immer wieder abgemacht. Und ich sammle sie. Warum hast du so viele Holzfüße? Soll das Kunst sein? Soll das deine Decke sein? Soll das Heimbrecher abschrecken? Also beim dritten hast du auf jeden Fall gewonnen. Da wird keiner weitergehen. Ach, schau mal. Es liegt einfach nur auf dem Bett. Die schönen vier Paar Beine. Das ist halt, wenn du den ganzen Tag immer unterwegs bist. Und dich nie ausruhen kannst. Das ist ein Bild. Ich sage nur, stoppt das Video. Und schaut es euch an. Ihr findet immer wieder was Neues. Wie zum Beispiel die Frau, die ihren Sohn mit einem Tentakel hält. Wo hat er sein Netz festgemacht? An Onkel Ben. Der Kommentar. Aber wirklich. Da ist doch gar nichts mehr. Da ist nur noch Wolken. Und Himmel. Wenigstens ist Onkel Ben anscheinend im Himmel. Wenn deine Steckdose weint, solltest du ganz schnell rennen. Entweder passiert da gleich was oder sie weint weiter. Und was sind die ganzen schwarzen Striche? Ich will es wahrscheinlich gar nicht wissen. Steck da einfach mal wieder was ein. Vielleicht passiert ja was. Drei Pokémon. Und was einfach ist. Kannst du nichts richtig machen. Das ist genau wie unsere Politiker. Ganz ehrlich. Falls du mal ein wirkliches Geheimnis hast. Hol dir den Zahn-USB. Damit wirst du alles verstecken können. Du brauchst nur ein Gebiss. Und du weißt, du hast es immer bei dir. Warum gibt es solche Bilder? Warum ist der recht schwanger? Ich sehe da eh sonst nichts. Also das ist nur ein Verlobungsbild. Die Mathelehrer von 1970 war noch auf einem ganz anderen Level. 1 plus 1 gleich 2. Warum steht da 1 plus 1 bei Erwachsenen? Sind das die, die jetzt in der Politik sind und sich sagen, warum wissen die neuen Generationen nichts? Ich weiß nicht, worauf ich schaue, aber er schaut cool aus. Und ich wette, er hat das Puzzle selbst gemacht. Stell es mir nur ein bisschen unbequem zum Gehen vor. Wenn dein Tor ein bisschen zu klein ist, um mein Auto dahin zu stellen. Keine Sorge. Wir machen das einfach ein bisschen breiter. Also es funktioniert. Du darfst nur niemals weiter links oder rechts parken. Solange er genau in der Mitte ist, ist perfekt. Ich bin Batman. Du musst mindestens genauso groß sein wie ich. Also 1,50. Um hier rein zu dürfen. Batman ist nur 1,50. Ist einfach die Maxi-Größe. Quark! Quark! Sie haben endlich die Gänse aus Untitled Goose Gang gefangen. Was haben die gemacht? Zu viele Kinder gebissen? Ich werde diesen Hersteller nie wieder vertrauen. Was zur Hölle ist das? Das schaut aus wie Heisenberg. Als Baby. Ich weiß nicht, was du gekauft hast oder was du denen gegeben hast, dass sowas rauskommt, aber ich würde den verschenken. Nicht für mich kaufen, aber für andere. Das eine Kleid, wo sich das ganze Internet aufgeregt hat. Welche Farbe ist das? Blau oder Weiß? Und jetzt seht ihr es. Es waren beide Farben gleichzeitig. Du musst das einfach anziehen und dann fragen, welche Farbe hat mein Kleid? Und dann dich umdrehen. Alle Kakteen sind unecht. Da sind immer diese bösen 5G-Strahlungen und sonstiges drin. Vorsicht! Wusstet ihr, dass man auch Kaktusse sagen darf mittlerweile? Das ist, weil den Leuten Kakteen zu schwer war, wurde Kaktusse auch in den Duden aufgenommen. Oh, wie hieß der nochmal? War das nicht mit Bratpfand, Wendakiller, irgendwie sowas? Finde ich mega cool gemacht. Genau so sollte Halloween gemacht werden. Also, falls ihr ihn kennt, lasst es mich gerne wissen. Ich hab's auch nicht gefunden. Oh, mein Ball. Oh, so viel Wasser vom Hydrant. Nein, das ist unser Ball. Oh, wir haben sogar unseren Wasserschlauch hier. Ah! Oh, ja, Wasser. Und dann am nächsten Tag. Ein Krankenhausfeuer tötet Tausende. Die Feuerwehrmänner hatten halt Prioritäten. Ich bin es satt, dass Leute immer über mich trampeln. So kämpfe ich gegen an. Hier mein Lego-Kostüm. Auf den wird keiner mehr gehen. Der wird die Schmerzen seines Lebens sonst bekommen. Der Hydrant. Oder ist es ein Dehydranten? Weil es ein Hydrant, aber mehrere Hydranten zusammen ist? Ich hoffe, da ist auch genug Wasser drin. Wenn du nach einer Traube suchst auf Wikipedia. Jeder weiß, was eine Traube ist. Punkt. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sowas irgendwie ist. Weil jeder kennt eine Traube, hoffentlich. Die Schneemänner kommen zu uns. Wir müssen mehr werden. Lass uns nicht allein. Den solltest du nicht kaputt treten. Oder eine Nase klauen. Sonst landest du auch da drin. Hey. Hey, du da. Schau mal hier unten. Miau. Das Einzige, was man im Leben wirklich schmuggeln darf. Hey, schau mal hier. Mein neues Flugzeug. Richtig geil, oder? Und jetzt machen wir eine Bruchlandung. Schönes Foto. Wer hat das Foto gemacht? Das ist definitiv nicht Photoshop. Nee, nee, nee. Das ist echt. Wenn du Angst hast, zu wenig Wasser zu haben. Und du dir deswegen nur 0,5 Liter Flaschen holst. Von allen Flaschen, die du holen kannst. Warum 0,5? Wenn du Durst hast, finde ich das eh schon zu wenig. Hol dir doch eine normale Flasche. Make-up Spiegel. Zum Verkauf. Hier siehst du, so siehst du dich für Make-up. Also bessere Werbung gibt es eigentlich doch gar nicht. Billardtische in Nord- und Südamerika. Genauso sehen die aus. Vor allem mit der gleichen Menge an Bällen. Ich würde da gerne mal spielen. Ich wüsste nur gerne, wie ich die Bälle nach oben bekomme, nach Nordamerika. Hier, was hältst du von meinem Kleid? Das ist das Dorito-Kleid. Nur hier für echte Gamer. Das Dorito-Kleid. Und wo ist der Energy? Ich bin enttäuscht. Aber Respekt, wie viele Chips du gegessen hast. Das Cosplay zum einzigen wahren Spiel. Lara Croft. Das ist Hingabe. Früher sahen die Spiele wirklich so aus. Okay, was haben wir hier? Ein Bildhauer, ganz viele Kreise. Dann bemalen, wie ein Fußball. Überall in der Stadt verteilen. Aber abends natürlich. Irgendwann später nach Hause kommen. Und dann am nächsten Tag zur Arbeit. Hey. Endlich habe ich wieder genug Patienten. So schafft man auch, dass man genug zu tun hat. Süßer. Es ist nicht, was du denkst. Äh. Äh. Es ist viel schlimmer. Die Clowns-Party. Hm. Wie man sich auf ein Zoom-Meeting vorbereitet. Klebt die Katze an die Wand. Du brauchst einfach einen Mini-Laptop für deine Katze. Der einfach ein bisschen wärmer ist. Dann lässt die dich auch in Ruhe. Das einzig gute Setup, das man zu Hause haben kann. Ach. Erstmal ausruhen und ein bisschen Netflix im Chill. Okay, James Bond. Sie werden heute gelasert. Laser, los. Zzz. Ah, miau. Hm. POV, was du auf Instagram siehst. Versus, wie die Person in Real aussieht. Ja, vor allem mit den ganzen Filtern. Ganz ehrlich. 99% der Leute auf Instagram, die solche Model-Sachen machen, sind fake. Es ist so einfach zu faken. So einfach war es noch nie durch die ganzen Filter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben da.